Wir erleben Wieder runter Wir streiten hier Ich hab ultra das krasse Zimmer, ne? Ich hab nen eigenen Kühlschrank, ich hab nen Fernsehen Ich habe einen Sessel, einen bequemen. So, na. Wie du ganz einfach einen Studentenjob findest? Ich weiß es nicht, wie ich einen Studentenjob finde. So, seid ihr mit dir? Ja, Leute. Ich schwöre, ich habe gerade die beste Aufnahme meines Lebens gemacht. Und diesmal ist das Dümmste, was passieren kann, passiert. Ich habe einfach vergessen, auf Aufnahme starten zu drücken. Digga. Alles klar, Digga. Was für ein Scheiß. Oh. Das seid ihr. Guten Morgen, liebe Leute. Moin, mein Tee. Ich bin da. Und ich wollte nur kurz sagen. Nee, also, ich bin da. Ich bin gleich wieder da. Die Aufnahme geht gleich los, die Reaction. Ich wollte kurz eine Cringe-Szene einbauen. Wir sehen uns gleich. Ich gehe jetzt duschen. Bis gleich. Alles klar, Digga. Ich bin der Niko. Ich sag's dir morgen. Der ist aufgrund aus schwarz. Roter Meteor. Roter Meteor. Roter Meteor. Roter Meteor. Okay. Äh. Vergesst es einfach. So. Und dann bin ich jetzt auch wieder zurück nach einem Monat vom Duschen. Ja. Den Clip, den ihr gerade gesehen habt, der ist über einen Monat alt. Boah. Was? Uh. Wie gut. Boah. Boah, Digga. Boah, Ballerdasse. Boah. Was geht denn beim Beat-Up? Boah. 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 Boah, Digga. Boah. Boah. Ein Soundbild der Götter. Boah, Dicker. Ey. Ohne Scheiß. Bei Morten ist das in letzter Zeit selten, aber ich bin auch wieder wirklich kurz davor zu heulen, weil das ist so, das ist, das ist heftig gerade. Und da geht's auch schon weiter. Gerade mal zwei Monate später, diese Aufnahme. Ey, es ist wirklich, ich krieg es nicht hin. Ich krieg es einfach nicht hin. Uh. 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 Boah, das lieb ich an Morten, diese Variation. Schmeckt. Heißt du wie ein Vogeltest. Ich nehm gleich einen Corona-Test. Ja, bestellen kann man sich eher weniger. Netzhautsolo-Song, let's go, Mann. Mm. Ja. Ich glaub, es geht in die Richtung, die ich will. Chillen. Uh. Ja. Ich will. Ja. Uh. Brokkoli. Was Berlin. Oh, wüt. Ich bewege mich im Schussfeld. Uh. Ich lebe ohne ein Schutzschild. Schutzschild. Die ganze Pack von Kumpi. Wie Vegetarier. Die ganze Pack von Brokkoli. Mach illegal Bulla. Was geht denn ab? Ich mach illegal Bulla. Cooler. Mm. Mua. Denn ich kaufe Pflanzen und kein Business. Das will nicht alles Business. Ja, ihr wusst, dass Business kommt als rein. Chris Henry Dry. Ho. Drei. Und nun moin. Später da zucka die Wurme. Die Wurme. Hungrych. Boah. Kapuze im Face. Bege. Boah. Space on the way Ich lebe bis ich tot bin Ich lebe bis ich tot bin Was ist das für ein Soundbild Boah der Beat Scheiße Nein warte wer ist das nochmal Ey das hatte ich auch noch nie Dass ich jemanden feiere und auch jemanden kenne Aber den Namen mir nicht einfällt Manchmal ist klug nichts zu sagen In der Gegenwart Jeden Tag Die Luft brennt in deinen Augen wie Tränengas Geil Ein Leben lang weg von der Gegenwart Fühl mich wie ein King dem die Krone fehlt Das ist doch slow loud and bang Das ist doch nice Was Red deutlich Fühl mich wie Morten Jedes mal wenn ich release neues Level Geil Suche nach Bad days Geiler Flow man Oha Dicker Boah jetzt kommt ein Bass rein Stilbruch Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Damn Shit was ist das für eine Kick oder was ist das für ein Sound Dieses Tsch Uuuuhh Allein die Flöten Uuuuh 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 Was ist ein Beat man Oh Uuuuh 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 Mit Schönen Hall Uuuuh Mit Schönen Hall Uuuuh Uuuuh Shit Uuuuh 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 Der Flow Hallo hier ist der Nico aus der Zukunft Der Demaskil der Nico mit den verrückten Haaren Leute Sag mal Morten Gehts dir gut Alter Er hat einfach das elfte Level gedroppt Bruder Wodka Beluga Uuuuh Uuuuh Das war krass gedouppelt Uuuuh 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 Ahh Junge in Außen regnend, ist üBelst krass man Mega Geil Okay jetzt XXXX X, X, IX, IX, X, Iex, IX, IX, X, X wird und vom Tempo. Wow. Uuuuh. Okay, das ist bisher der geilste Song. Arbeit. Zahle den Preis. Uuuuh. Alter, das war doch Talky Talk, oder? Warum bin ich eigentlich schwarz-weiß? Warte mal kurz. Das ist so krass. Diese Stimme und diese Mische und auf dem Beat, das kommt so atmosphärisch, man. Sie sagt, sie ist so verliebt in mich, zu einem Mann, der gar nicht weiß, was Liebe ist. Sie liebt, was ich ihr gebe, aber weiß gar nicht, wer ich bin. Sie liebt es einfach nur zu reden, aber manchmal höre ich gar nicht hin. Und solange ich gebe, was ich gebe, findet sie das gar nicht schlimm? Wow. Ah, ich bin hier im Dschungel und hab Fieber. Ich bin ein Staatsfeind, seit ich stehen kann. Ah. Uh. Uh. Oh. Oh, diese Stimplage gerade, man. Ah. 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 Ein Scratch, oder? Boah, ich liebe OG Kimo. Ich liebe seine Stimme, man. Es ist so eine perfekte Rap-Stimme. Ah. Oh, der Beat. Ah. Es ist Kimo, wenn er gerade nicht schießt, bist du lucky. Boah, ist das geil. Boah, das popkt, man. Wenn es regnet, regnet es richtig. Ich sitze in der... Oha. Ey. Pass aus. Ach man. Du musst dein Opfer sein, weil du hast mehrere auf Spotify. Wenn es regnet, regnet es richtig. Okay, aber ich habe meine Kopfhörer auch ein bisschen sehr tief reingesteckt, ähnlich wie... Geduldig. Dieser Beat ist so richtig so zum Wippen. Zum Bouncen. Zum Fick. Äh, Spaß. Boah. Boah. Bös. Alter. Boah, der Beat. Oh. Alter. Wow, den kenne ich gar nicht. Oh, Funkvater Frank, der muss natürlich auch mitmachen.